Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf KickHoff zur nächsten Folge von 5 Transfers für heute wieder mit der Spezialedition 5 Spieler für die 2. Bundesliga. Denn heute haben wir uns ein neues Thema ausgesucht für dieses Format und dieses Thema behandelt deutsche Spieler, die aktuell im Ausland unterwegs sind. Ihr könnt mir gerne auch mal weitere von solchen Videodeen in die Kommentare schreiben, nach welchem genauen Kriterium ich Spieler suchen soll für die 1. oder 2. Liga. Denn klar ist, es gibt immer wieder wirklich interessante deutsche Spieler, die warum auch immer seit Jahren oder seit kurzem in Ausland spielen und jetzt aber eben auch dann Möglichkeiten wehren für Vereine in Deutschland. Da gibt es sowohl junge Talente, aber auch durchaus erfahrene Säulen. Auch einfach mal Spieler für eine gute Kaderbreite ist ein Markt, ist ein Segment, was man so im Blick haben sollte. Ich habe mir mal alle deutschen Spieler angeschaut, die aktuell im Ausland unterwegs sind, habe eine lange Liste erstellt für die Bundesliga, für die 2. Liga und genau dazu wird es eben jetzt Videos geben. Heute starten wir rein mit der 2. Bundesliga und schauen also auf 5 deutsche Spieler, die im Ausland-Vertrag stehen, aber jetzt in die 2. Liga wechseln könnten. Spieler Nummer 1 spielt aktuell in den USA und heißt Robert Foloda. Das ist ein Innenverteidiger, der für Frankfurt und Köln in Deutschland gespielt hat. 2021 gab es erst den Wechsel zu Maribor und dann Anfang 2022 den Schritt nach Amerika. Seitdem spielt er bei Kansas City. Das ist der Verein, wo unter anderem Tim Leibold und Eric Tommi spielen. Also die haben dort eine kleine deutsche Crew entwickelt. Wir haben hier einen klaren Stammspieler, der erst 23 Jahre alt ist, somit auch noch weiteres Potenzial mitbringt, aber sich in den USA auch zum Führungsspieler entwickelt hat. Foloda ist ein Linksfuß, er ist ein schneller Verteidiger, der wirklich kompromisslos im Abwehrverhalten daherkommt. Und das Interessante ist, sein Vertrag läuft Ende des nächsten Jahres aus. Also in den USA laufen die Verträge immer von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres und sein Vertrag endet am 31.12.2025. Marktwert liegt bei einer Million Euro und somit müsste hier auf jeden Fall finanziell gesehen was möglich sein. Ich habe mir wie immer ein paar Vereine rausgesucht. Klar, bei dem Marktwert ein Jahr Restlaufzeit wird ein bisschen was nötig sein und dadurch finde ich aber trotzdem auch verschiedene Klubs dafür denkbar. Da wäre zum einen der erste FC Köln. Das ist sein Ex-Verein, dadurch könnte das sicherlich für ihn selber auch interessant sein. Und der FC spielt mittlerweile mit Dreierkette. Da sind linksfüßige Verteidiger umso wichtiger. Dominik Heinz ist der einzige im Kader und deswegen könnte das perfekt passen. Braunschweig ist natürlich dann von einem Verein her was ganz anderes. Köln Aufstiegskampf, Braunschweig Abstiegskampf. Aber die brauchen umso mehr eine defensive Stabilität. Und weil er eben nur noch ein Jahr Vertrag hat, könnte das finanziell auch ganz gut machbar sein. Plus Voller da hätte er natürlich auch noch die große Chance, direkt ein Schlüsselspieler zu sein. Fürth ist dann so ein bisschen die Mischung aus den beiden. Denn dort setzt der neue Trainer Jens Sievert eben auch auf eine Dreierkette. Und dort einen jungen Führungsspieler zu haben, das könnte richtig gut zusammenpassen. Aber es gibt eben auch bereits jetzt im Ausland deutsche junge Talente, die jetzt nicht zwingend bei ihren Stammklubs geblieben sind, sondern halt die früh den Schritt gewagt haben. So auch Leandro Morgalla. Der hat nämlich in der Jugend bei 1860 München gespielt und ist dann 2023 als junger, aber auch wirklich guter Drittligaspieler zu RB Salzburg gewechselt. Diese Saison gehörte auch ganz fest zum Profikader. Er spielt meistens als Joker und kleinere Verletzungen haben ihn immer wieder auch zurückgeworfen. Wir reden hier über einen Rechtsverteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann. Und eine Laie, vielleicht auch mit Kaufoptionen, ist sicherlich denkbar im Winter. Er ist ein technisch starker Spieler, der einen wirklich moderner und defensiv starken Rechtsverteidiger geben kann. Und dadurch finde ich schon, dass hier sehr viel Potenzial vorhanden ist, für deutlich mehr als nur bei Salzburg auf der Bank sitzen. Marktwert 2 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Spannendes Profil, spannender Spieler mit viel Potenzial und damit auch interessant für diese Klubs. Fortuna Düsseldorf hat natürlich mit Matthias Zimmermann einen erfahrenen rechten Verteidiger mit dem Isländer, dessen Namen mir gerade entfällte, dann nochmal einen Neuzugang geholt. Weil aber Zimmermann, Lundern ist es, weil aber Zimmermann eben auch oftmals auf der 6er-Position spielt, könnte hier ein solcher Hybrid-Spieler durchaus spannend sein. Beim HSV hängt es natürlich jetzt davon ab, welcher Trainer übernimmt. Zum Beispiel von meiner Videoaufnahmen ist das noch nicht klar, ob man vielleicht zurückkehren wird zur klaren Viererkette. Und da kann es vielleicht ja helfen, einen solchen Spieler zu holen, weil eben auch Hefti bislang nicht so richtig überzeugen konnte. Und Köln hat eben auch keinen defensiv starken rechten Verteidiger im Kader. Er kann eben auch Innenverteidiger spielen, was spannend wäre für eine Dreierkette. Also auch da würde ich mir Leandro Morgalla gut vorstellen können. Ein weiteres Talent aus Deutschland, was mittlerweile vielleicht auch einige von euch kennen, ist Christopher Scott. Der wurde bei Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München ausgebildet, 2022 dann von Royal Antwerpen gekauft und letzte Saison zu Hannover 96 verliehen. Also erkennt die zweite Bundesliga bereits, hat aber verletzungsbedingt relativ wenig gespielt. Wenn er gespielt hat, waren immer wieder richtig gute Ansätze zu erkennen. Denn er ist ein Kreativspieler auf der 8er- oder 10er-Position. Er ist schnell, er ist agil, er ist gut am Ball. Und eine Laie-Mitkauf-Option halte ich für sehr realistisch. Denn sein Marktwert liegt bei 600.000 Euro. Sein Vertrag läuft noch zweieinhalb Jahre. Und er kommt eben in Belgien wirklich nur von der Bank. Er hat auch jetzt in den Hintergrund eine kleinere Verletzung gehabt, wodurch er drei oder vier Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Aber auch davor und danach sitzt er eben meistens nur auf der Bank und wird wenn überhaupt eingewechselt. Das könnte schon eine gute Chance sein, als Zweitligist zuzuschlagen. Elversberg, Köln und Ulm habe ich da mal mitgebracht, auch wenn sich das vielleicht komplett verschieden anhört. Denn Elversberg spielt eine Top-Saison, aber ist natürlich jetzt trotzdem kein Verein, den man vielleicht ganz oben einordnen würde. Da wiederum würde Scott sicherlich gut ins System passen. Sie setzen auf junge Spieler und vor allem kann man sich dort auch als junger Spieler in Ruhe entwickeln. Was glaube ich jetzt für Scott auch mit am wichtigsten ist. Köln wiederum ist dann seine Heimat. Er ist in Köln geboren, was vielleicht für ihn auch nochmal eine ganz spannende Angelegenheit sein könnte. Und für den FC wiederum könnte Scott eine günstige Alternative sein. Sollte man natürlich den Kader im Winter etwas großflächiger umbauen. Dann braucht es eben auch Spieler, die etwas günstiger auf dem Markt zu haben sind. Und Ulm ist natürlich jetzt ein Abstiegsaspirant oder ein Abstiegskandidat, was sich dann vielleicht erstmal überraschen hätte im Vergleich zu Köln oder Elversberg. Aber da wäre natürlich ein großer Vorteil für Christopher Scott bei einer reinen Laie. Er könnte sich dort hinverleihen lassen, um richtig viele Spiele zu machen. Er wäre dort auf Anhieb ein Unterschiedsspieler. Die Kreativität bei Ulm fehlt, ohne wenn man nach vorne hin zu wenig Kimbe kommt. Und da kann Scott sicherlich eine große Hilfe sein. Es gibt natürlich aber auch im Ausland erfahrene deutsche Fußballer. Und da habe ich jetzt mal wen mitgebracht, dessen Name glaube ich viele gar nicht mal so kennen. Und das ist Mario Engels. Das ist ein 31-jähriger Spieler, der beim RSFC Köln ausgebildet worden ist. Er hat dann aber auch in Polen, der Niederlande und sogar Japan gespielt. 2023 gab es aber dann die Rückkehr nach Europa, erneut in Niederlande. Und seitdem spielt er für Herakles Almelo. Er ist Stammspieler in der ersten Liga, sprich in der Eredewise, was man auch so erstmal hinkriegen muss. Er hat dort in 13 Saisonspielen bislang drei Tore und zwei Vorlagen geliefert. Spannend bei ihm. Sein Vertrag läuft aus. Marktwert 600.000 Euro, das heißt im Winter könnte man hier tatsächlich ein richtiges Schnäppchen machen. Wir reden natürlich hier über einen 31-jährigen Spieler, was aber auch vielleicht mal ganz gut ist. Denn seine Erfahrung wird natürlich ihn auch direkt mal zu einer Soforthilfe machen. Er kann sowohl auf dem rechten Flügel als Stürmer oder auch als Zehner agieren. Er bringt Tempo mit, ist ein sehr laufstarker Spieler, der vor allem auch aus der Distanz einen richtig guten Abschluss mitbringt. Auch hier gibt es spannende Vereine mit unter anderem Karlsruhe, Schalke oder auch Darmstadt. Denn Karlsruhe hat generell ein junges Team. Da kann eine gewisse Erfahrung helfen. Erst recht, wenn du eine gewisse Inkonstanz mit dabei hast. Und er kann eben auch dort mehrere Positionen abdecken. Schalke braucht Führungsspieler. Generell ist auch die Position des rechten Mittelfeldspielers nicht ganz so optimal besetzt. Das könnte also gut passen. Und Darmstadt würde damit nochmal mehr Offensivqualität bekommen. Im 4-4-2 könnte Engels 3-4 Positionen einnehmen, was richtig wertvoll wäre. Und dieser offensive Fußball passt eben auch zu ihm als Spielertyp. Was aber auch oft im Winter gesucht wird, sind neue Stürmer. Sind Torjäger, die zumindest mal ein paar Tore in der Rückrunde machen könnten. Und deswegen haben wir auch danach mal geschaut und Leon Lauberbach gefunden. Und somit ist das also hier mein Vorschlag für die zweite Bundesliga, für das Sturmzentrum. Und er hat ja schon für Kiel, Rostock und zuletzt auch Braunschweig gespielt. Letzte Saison ging es dann für Lauberbach ablösefrei nach Belgien zu KV Mechelen. Und diese Saison pendelt er dort, wie auch bereits im ersten Jahr, zwischen der Bank und der Startelf hin und her. Er hat in zwölf Spielen drei Tore erzielt und drei vorbereitet. Was wirklich eine gute Quote ist. Berechnet auf die Einsatzzeiten. Marktwert 650.000 Euro, Vertrag noch bis 2026. Also auch hier ist auf jeden Fall eine günstige Laie mit anschließender Kaufoption denkbar. Wir reden hier über einen klaren Neuner. Lauberbach ist 1,94 Meter groß. Er hat ganz klar seine Stärken in der Box, kann aber auch trotzdem den Ball verteilen. Er ist technisch ganz gut und bringt auch ein ordentliches Tempo mit. Vereine sind hier für mich durchaus naheliegend gewesen mit Schalke, Nürnberg und Fürth. Denn Schalke möchte gerne einen groß gewachsenen Neuner haben. Man hat wenig Budget. Da dürfte eine Laie von Lauberbach auf jeden Fall möglich sein. Bei Nürnberg ist es so, dass Yanni Serra sehr oft verletzt ist und somit eine Alternative hinter Ziemers und Emreli komplett fehlt. Lauberbach wäre dort auf jeden Fall wertvoll. Und bei Fürth ist es ein ähnliches Thema. Futgoy finde ich echt spannend, liefert durchaus ab. Aber ein weiterer Stürmer hast du so jetzt nicht so richtig im Kader, so einen klaren weiteren Neuner. Und auch da dürfte Lauberbach eine Hilfe sein. Und somit sind das also nochmal in der Übersicht meine fünf Transfervorschläge für die zweite Bundesliga. Wir haben Robert Folloder als Innenverteidiger aus Amerika, der aber jetzt zurück nach Deutschland kommen könnte. Linksfuß, 23 Jahre jung, spannendes Profil. Leandro Morgala ist natürlich dann auf der rechtseitartiger Position einer mit einem gehörigen Potenzial. Aber auch das könnte gut zur zweiten Bundesliga passen. Christopher Scott ist ein klarer Kreativspieler. Das ist ein Stilmittel, was viele Vereine gebrauchen können. Mario Engels wiederum ein sehr erfahrener Offensivspieler. Und Leon Lauberbach eben dann dieser klassische großgewachsene Neuner. Wir sehen auf jeden Fall, es gibt super viele interessante Spieler aus Deutschland, die nicht in Deutschland spielen, sondern irgendwo im Ausland unterwegs sind. Und die könnte man auch durchaus mal zurückholen. Es gibt noch eine weitere Liste an Spielern, die ich genauso gut hätte nennen können. Das sind einfach nur fünf Beispiele, nicht mal zwingend die fünf besten Spieler aus dem Ausland, sondern einfach nur generell fünf Spieler, die man hier wirklich gut reinbringen konnte. Und deswegen interessiert mich jetzt auch mal eure Meinung dazu. Was glaubt ihr, welcher von meinen fünf Kandidaten könnte tatsächlich in der zweiten Bundesliga landen? Welche Spieler aus Deutschland gibt es noch, die aktuell im Ausland unterwegs sind? Und ja, dann könnt ihr natürlich mal gerne weitere Ideen für genau dieses Format in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Wir sehen uns im nächsten Video.